Was auch für mich sehr wichtig war, dass man hier nicht als Nummer abgestempelt wird, sondern als Patient, als Mensch wahrgenommen wird. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Element, eben diese menschliche Komponente. Was ich natürlich positiv finde, dass dieser Fragebogen immer wieder erhoben wird. Dass meine Bedürfnisse und meine Probleme zur Sprache kommen, aber auch eventuelle Warnsignale irgendwie auffleuchten. So habe ich das Gefühl, dass man sich immer noch um mich kümmert. Und wenn die Symptome regelmäßig so engmaschig abgefragt werden, ist das natürlich schon die Chance, dass da Sachen auch zur Sprache kommen. Und das kann meine Situation natürlich auch verbessern. Untertitelung des ZDF, 2020